Herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Wir machen jetzt erstmal schnell das Dach hier zu. Schicken erstmal Holz hoch. Dann haben wir das Thema nämlich endlich overladigt. Ansonsten ist ja alles drin. Es ist ja wirklich nur noch das Dach, was fehlt. Also die Bretter oben drauf. Ich hoffe nur, dass Holz reicht. Ich denke auch mal schon. Wir haben noch ein bisschen Notfallholz, was wir uns holen können. Und für den Rest brauchen wir hauptsächlich Stiggis für die Deko und sowas. Bip, bip, bip. Zack. Wie gesagt, so viel ist das eigentlich nicht mehr. Ich hoffe nur, dass es reicht. Aber das werden wir sehen. Holz holen war ich nämlich jetzt nicht. Aber das nützt ja alles nichts. Nein, 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 nein. Willst du denn hin, Mensch? Hier, schick hoch das Gedöns. Das ist ja schlimm. Immer diese Faxen von dem Mann hier. Verzock. So, schick das auch gleich hoch. So. Ah, ich glaube, da oben liegt schon ein bisschen viel. Aber komm, der eine muss noch. Jeder noch? Passt das noch? Ja, ne? Ejo, okay. Helfen nicht wahrscheinlich im Flur. Aber alles gut. Weil wir wollen ja auch, dass Calvin uns ein schönes Zimmer kriegen. Wir wollen auch ein schönes Zimmer. Wieso renne ich jetzt ganz hoch? Dort geht es so nicht. Danke. Wenn wir gleich wieder ein Ründchen spalten, muss Slider sein. Sonst kriegen wir sie nicht richtig rauf. Giffen wir mal die Axt. Genau. Das muss zu, dass das hier so ruhig ist. Sehr schön. So, dann mal durch hier. Pack rauf. Genau. Den auch rauf. Hier nochmal hin. Wow. Alle mal. Fast ohne Probleme. Voll gerade sagen. So. Geh fair. Man unterschätzt es aber auch, ehrlich gesagt. Man fängt mit dem Spiel an. Ach, ich baue mir erstmal ein schönes, sicheres Hütchen. Dann kommt man auf die Idee, okay, das Hütchen ist zwar sicher, aber ist mir zu klein. Das soll ein bisschen hübscher aussehen. Dann baut man ein bisschen größer und dann unterschätzt man sich, was für Holzmengen man da braucht. Aber gut. So ist es doch eigentlich so gut wie jedem, so weit wir spielen. Zumindest bei mir so. Irgendwie ufert das immer aus zu Mega-Bauprojekten. Das ist echt überall so. Das ist wirklich bei allen Survival-Spielen so. Wirklich bei allen. Ob das nun Minecraft ist oder Seven Days oder Infected oder Forest oder... Ja. Dazu könnte man eigentlich auch schon fast Satisfactory zählen. Ich meine, es ist zwar nicht wirklich ein Survival-Spiel. Das ist in erster Linie geht es ja ums Automatisieren. Aber auch da fängt man dann irgendwie an. Ach, das könnte man noch verbessern. Das könnte man noch optimieren. Das geht noch. Jenes geht noch. Irgendwie ist es bei jedem Spiel so. Überall, wo man craften und bauen kann, ufert das aus bis zum Gehtnitme. Wo das hier eigentlich gar nicht sein muss. Aber man will halt auch die Spiele austesten. Was ist alles möglich? Sehr schön. Ein Träumchen. Genau. Dann fangen wir gleich hier an, würde ich sagen, mit dem nächsten. Sehr schön. Sieht hier auch alles ziemlich baufällig aus. Aber aufwäten können wir hier nichts. So, G4. Das doch muss zu. Zock, zock. Ah, so langsam habe ich doch mal den Zweifel, dass das Holz reichen wird. Arme abwarten. Wie gesagt, wir haben noch Notfallholz liegen. So, Asens, da unten fehlt noch einer. Den bitte einmal rein, mein Freund. Ja, da kannst du auch reinpacken. Aber ich will auch unten rein haben. Nun mach. Wieso will er da jetzt nicht? Jetzt. Sehr schön. Warum nicht gleich so? Vorhin, dahin. Sehr schön. Nächstes Holz. Sehr, 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 sehr schön. Was sein muss, muss sein. Und den Spalten, den wir hier offen lassen, den machen wir später natürlich auch zu. Aber eh, jetzt haben wir ein bisschen die Solarpanels rauf. Und Träumchen. Dafür dürfen wir uns eigentlich Mutanten nicht mehr ins Haus sprengen können. Normalerweise. Sehr schön. Auch wenn es sich das ganze Zeit so anhört, als wenn wir was rumkriechen. Aber ich glaube, da sind irgendwelche Tierchen. Ich hoffe es zumindest. Nicht, dass wir gleich hier eine halb zerstörte Palisade haben, oder so. Und sieht hier oben ja nichts. So, einmal hin. Sehr schön. Hier nochmal hin. Zack, 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 zack. Das hier wird aber auch noch schwierig, das Letzte. Wenn unser guter Heer sich hier mit irgendwas ausgehen, den ist es mit Löchern. Sag mal, was tippelt denn hier die ganze Zeit rum? Wir haben doch auch keinen Besuch, oder? Nö. Ich würde zumindest nichts. Weiß ich nichts. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wo Wirtche abgeblieben ist. Laut Karte sind sie beide hier bei mir in der Nähe. Müssen wir Gläufe, wenn wir es nichts mehr Holz zuschicken. Wirklich nochmal nachgucken. Ich trau Kevin nicht. Der stirbt manchmal auf komische Weise, ominöse Art und Weise. Zack, zack, dorthin, genau. Hier den auch hin. Sehr schön. Aber jetzt wird erstmal das Holz verarbeitet, was wir hier haben. Eben, zack, zack. Wo Kevin eigentlich bei uns in der Base sein müsste. Ich habe ihn nicht rausgelassen. Nein, nein. Magst du sehen, haben wir ihn ja eben noch gesehen. Er lief ja eben noch hier oben rum. In der letzten Folge. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich ihn zuletzt gesehen habe. Man streicht ihn. Ich kann mir nicht ganz erklären, warum. Man streicht Kevin gern aus seinem Gedächtnis. Nein, das sollst du nicht, mein Freund. Ähm. Nein. Das ist richtig. Hier ist auch noch einer. Genau. Gut, das Holz wird wahrscheinlich nicht reichen. Habe ich jetzt in der Druck. Sehr, sehr schön. Da einmal hin. Dankeschön. Den hier nochmal. Geht aber auch ein Holz bei mir. So, der mochtet ich auch einmal zu. Sehr schön. Na ja, das wird im Leben nicht reichen. Also wir sind mit dem ganzen Holz, das wir jetzt hochgeschickt haben, wir haben ja gerade mal eine Seite halb zugekriegt. Mal wieder. So, ja, man verschätzt sich hier so mit dem Holz. Das hört sich echt an, als wenn hier irgendwo Bibis rumkriechen oder so. Machen wir gleich mal gucken. Oh, der müsste Würschi ja nicht schießen. Es sei denn, sie ist gerade nicht da. Na, danke. Die Bibis waren aber auch komischerweise manchmal mitten im Haus. Das ist auch etwas merkwürdig. Da unten ist Calvin. Ja, und so wie er da steht, ist hier tatsächlich was im Haus. Sie scheint aber auch in der Nähe zu sein. Ich habe Würschi gerade gehört. Ja. Wir werden hier gleich mal durchschicken. Es hört sich so an, als ein Zippelchen Bibidus aus. Wenn ich das erste Mal, wie gesagt, die spawnen manchmal komischerweise im Haus. Aber die Babys machen, glaube ich, auch nichts kaputt. Also daher halb so wild. Zock. Hier nochmal rauf, da rauf, hier rauf. Sehr schön. Hier, den kannst du gleich da hinsetzen, mein Freund. Zack. Eww. Aber zumindest... Kann man sich auch nicht beschweren, ne? Das ist das größte Teil. Also einen geräumigen Dachboden haben wir schon. So ist es nicht. So, hier liegt nur noch der Ende, ne? Oder ist hier irgendwas entglitten? Nee. Gut, dann macht ihr nochmal zwei Häfen. Dann klatschen wir die Bäume mal kurz rauf. Schicken den Rest von unten hoch. Gucken mal kurz, ob hier irgendwo ein Baby ist. Das klingt mich ganz übelst danach. Zack. Sehr schön. Dann nehmen wir das Baby in den Hund. Bei uns im Lager auf jeden Fall schon mal nett. Das kann natürlich auch Untermaus sein, ne? Das wäre auch möglich. Wohl, die Babys ja glaube ich... Die können schwimmen, ne? Oder laufen zumindest unter Wasser lang. Eins von denen war das. Hier ist auch nix. Hier ist nix. Okay, dann ist es wahrscheinlich draußen. Das sieht hier auch komisch aus, ne? Seht ihr diesen komischen Film hier? Soll wahrscheinlich Schatten darstellen. Was ist denn hier los? Wo war denn mal? Wie sind die denn hier hingekommen? Haut mir hier nix kaputt, Leute. Gut, im Haus sind sie nett. Hallo, Virgi. Hier, dann müssen wir mal kurz gucken. Ich höre hier auf jeden Fall was rumtippeln. Aber wie gesagt, das kann auch unterm Haus sein. Hier sehen wir nicht viel. Ich habe jetzt aber auch meine Taucher ausgerissen und nicht an. Da wird tippelt hier die ganze Zeit irgendwas rum. Ja, da kriege ich gerade irgendwas in Mordstempo. Wenn es ein Baby ist oder so, würde es mich nicht wundern. Das sieht mich ja. Dann müsste das eigentlich auf mich zukriechen. Es ist merkwürdig. Es ist ganz merkwürdig. Aber gut. Die machen ja nix kaputt. Ne, wir schicken jetzt erstmal Holz hoch. Könnte natürlich auch draußen sein, ne? Aber müssen die nicht ordentlich in den Spikes nehmen? Wir gucken einmal draußen. Wir sind davon, dass wir den... Jo, hier ist was. Das ist eindeutig Baby. Ich habe es quietschen gehört. Da. Doch. Kommt mal her. Sag mal, wollt ihr jetzt alle rein, oder was? Die kriege ich nur... Aber, Kevin, was bleibst du denn da sehen? Also doch. Oh, kriege ich auch noch eins? Also doch nicht verhört. Okay. Sehr schön. Kevin, auch so ein Depp, ne? Der bleibt da stehen, während die alle auf ihn zukriechen. Ne, ne, ne. Ich glaube, mit den Spikes müssen wir nochmal was überarbeiten hier, du. Das geht so nicht, du. Die stehen sofort auseinander. Die Babys kriechen doch ja durch, du. So, und ich glaube, den habe ich hier gerade kaputt gehauen. Der muss kurz wieder hin. Sehr schön. So, wollen wir das Dornchen rum? Ein Träumchen. Ups, pockst dein Weg. So, Kevin. Und du kommst mal mit. Au, äh. Mit. Du bleibst hier nicht draußen. Du bist frei, Lut. Folge mir. So geht das nicht. So. Trab an, du Kleinstuhl. Genau, Kevin. Genau. Schotten dicht. So, jetzt darfst du Pause machen. Wollte dich nur ins Sicherheit bringen, du. Mach Pause. Sehr schön. So, den schicken wir jetzt hier Holz hoch. Äh, ja. Zumindest unseren Rest, die wir hier haben. Allerdings habe ich mich gewollt. Ich versche jetzt mit dem Holz. Hm. Na. Naja, unser Notfallholz haben wir auch noch. Das Baby ist tot. Okay. Gerade so. Aber warum hat Virchie sich denn nicht drum gekümmert? Macht sie das sonst? Virchie, wieder irgendwelche Flausen im Kopf? Möglich wäre es. So. Das hier nehmen wir auch gleich mit. Das brauchen wir sowieso. Sehr schön. Zack, zack. Nee, nee, nee. Das hätte ich echt nicht gedacht am Anfang. Dass sich das so zieht mit dem Dach. Ich glaube, das Dach ist mit Abstand vom ganzen Haus das, was am längsten gedauert hat. Nee, 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 du. So, das konnte ich hier gleich alles zuschicken. Das brauchen wir sowieso alles. Notfalls habe ich hinten noch Holz aufgestorpelt, was wir noch rüberschicken können. Hm. So. Den wieder rennen hier. Nee, nee, nee. Das habe ich mich doch nicht fürhört. Das waren tatsächlich Babys. Das ist nicht, wie ich dachte, im Haus oder unterm Haus. Sondern die kleben alle an der Poliseite fest. Ähm. Dorf fehlt. Okay. So wollte ich es eigentlich nicht. Das ist mal so blöd mit den Bolken. Aber hier geht es noch. Okay. Sehr schön. Prock die Steinweg, Mensch. Wen willst du denn hier damit bewerfen? So, jetzt walten wir aber wieder ordentlich. Oh, ein Träumchen. Dor hin. Nee, 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 nee. So. Hin da. Hin doch. Äh. Hier hin. Dor bitte auch. Na. Ey. Pock in die Spolte, mein Freund. Mach den Schlitz zu. Geht doch. Oh, Kevin. Lange Wäule. Ich habe doch gesagt, mach Pause. Und steh mir nicht im Weg rum. So. Dor hin. Den hier nochmal. Zack, 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 zack. Ein Träumchen. Hier hoch. Oh, hin. Der hin. Hier nochmal. Da auch hin. Wo du nix holst. Oh, oh, oh. Das unterschätzt man eh immer wieder. Ich hätte gedacht, mit dem, was wir hier haben, kriegen wir das Dach zu. Das sieht aber nicht danach aus. Wo hin? Der nochmal hin? Nein, nicht da unten. Nicht da unten, mein Freund. Hier ist richtig, genau. Aber der Schlitz noch. Danke. Ja, 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 ja. Nein, ist zu weit unten. Einmal hier hin. Das ist schon nicht übel. Das ist echt übel. Zack, 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 zack. Bäh. Okay. Ja, ich glaube, wenn man hier nicht rutschen würde auf dem Dach, was ich es wieso nicht so ganz verstehe, weil ich meine, genau genommen ist das Dach ja nichts anderes als eine Rampe, wäre das deutlich einfacher. Auf Rampen rutscht man ja auch nicht. Warum denn auf dem Dach? Und das ist schon etwas... Naja. So. Wir können ja wohl kaum das Dach aus Treppen bauen. Würde zwar in der Theorie gehen, aber ob das denn noch so toll aussieht, bewage ich sehr stark zu bezweifeln. So, diese Dachsäule hätten wir zumindest zu. Sehr schön. Den finden wir nur noch das eine kleine Stückchen da. Gut. Den spolte man, mein Freund. So, dann muss ich jetzt aber von hier runden. Das nützt alles nichts. Sehr schön. Und den, 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 da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Da bin ich schon die ganze Zeit neugierig. Wie das mit den Solarpanels und dem Strom funktioniert. Ja, ich bin schon die ganze Zeit heiß drauf. Ich habe mir das absichtlich aufgespaut, bis das Dach fertig ist, damit wir es gleich von Anfang an vernünftig machen können. Da bin ich mal richtig gespannt. Dankeschön. Ist aber auch gewaltig, Alter, was hier an Holz drin steckt. Das kann man keinem mehr erzählen. Gebt das her. Das her. Danke. Einmal nach oben. Oder mal spolten, wie Kinder kannst du. Und Räumchen. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Pack hin. Ah, hier bitte auch rein. Danke. Ah gut, ein bisschen Holz haben wir hier noch. Aber das wird trotzdem nicht reichen. Glaube ich nicht. Mittlerweile, glaube ich, es nicht mehr. Wir müssen eine andere Seite auch noch runter, ne? Und ich glaube, Nacht kriegen wir auch schon wieder. Ja, 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 ja. Die Tage werden ja auch mal kürzer, ne? Aber gut, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht genau, ob das vorher ist. Aber kann auch sein, dass es ein anderes Spiel war. Ich weiß gar nicht, dass ich es jetzt verwechsel. Aber die Tag- und Nachtlänge soll wohl unterschiedlich sein. Je nach Jahreszeit. Aber ob das im Vorrest so ist, bin ich mir da jetzt nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich es gerade mit irgendeinem anderen Spiel verwechsel. So viele Spiele ausprobiert, dass ich da schon wirklich den Überblick verliere. Ähm, da hin und da hin und da hin. Ah, diese Ode hier haben wir zumindest fast zu. Hier ist ein bisschen Licht hier noch. Reicht aber tatsächlich nicht fürs gesamte Dach. Zack. Na, steck hier doch nicht überall Fäß, mein Freund. So, der kommt hier nochmal hin. Jut, jut. So, was liegt hier noch? Dohle ich noch inne? Oh, gut. Die eine Dachseite kriegen wir auf jeden Fall fertig. Und die andere, da müssen wir mal go-gehen. Da müssen wir dann nochmal ein bisschen Holz besogen, glaube ich. Wir haben noch unseren Notfallholz. Lobby, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich das aufgefüllt habe. Aber das werden wir sehen. Jetzt wird es auf jeden Fall sehr dunkel. Ähm, komm, hau rein. Genau, den Tor rauf. Sehr schön. Gut, ähm, ich gehe auch mal kurz schlafen, sonst sehen wir, glaube ich, nichts mehr. Ähm. Und geht an Gedanke. Sehr schön. Ja, natürlich. Hunger und Durst muss sein, ne? Ah, da müsste ich es so mal. Warte mal, wir essen und trinken erst mal. Ich müsste die Ständer gleich einmal kurz auffüllen. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Sehr schön, sehr schön. So, Futter rein. Den auch immer. Wir haben garantiert schon wieder Gammelfisch in der Fischwahl. Da bin ich mir ordentlich sicher. Ähm. Okay, der Fisch war eh gammelig. Aber warte mal, warte mal. Wieso können wir nichts mehr tragen? Wir haben noch getrockneten Fisch einstecken. Deswegen können wir nichts tragen. Das kannst du mal rausschmeißen. Ich weiß, können wir uns brutzeln, aber gut. Dann lassen wir es erst mal mit den Ständern. Gut, den Giffmo her hier. Dankeschön. Oh, ein bisschen fehlt oben ja noch. Und Träumchen. Falls der Fester Tag haben, merke ich auch nicht viel von. So, Dekom-Dorren, Dorren, Dorren. Zumindest werden wir jetzt von oben nicht mehr nass. Das ist doch auch schon mal was. So, ich glaube, ein Bolten liegt hier noch, ne? Ähm, da. Ja, mit Glück vielleicht mit dem Notfallholz. Aber auch nur mit Glück. Zack, zock. Lassen wir hoch hier. Ähm, komm. Na. Yes. Zick der hier wieder herum. Ich glaube es ja nicht. Willst du, dass da wo jetzt raufliegen? Also manchmal braucht er wirklich doch erst Brille. Gut, aber zumindest die Seite hier, bis auf das Loch, das kommt ja extra, ist geschlossen. Wir gucken jetzt einmal kurz. Das Nutzole ist nichts. Nach dem Notfallholz. Ich freue es mich nicht, ob ich das wieder aufgefüllt habe. Boah, zicken wir jetzt einmal kurz rüber. Joah, dann seht ihr auch mal, was hier von dichter alles schon... Ja, ja, ich habe es aufgefüllt. Es ist schon extrem, das geht schon bis da oben hoch. Ähm, ja... Man könnte einen schon als Umweltsünder bezeichnen, ne? Die Wälder so zu... Das sollte man niemals tun. So zu traktieren. Nur mal da rauf da. So, das hier schicken wir auf jeden Fall rüber. Das brauchen wir. Hm? Na. Zack, zock. Aber mit dem Holz, was hier steht, klappt es vielleicht. Mal sehen, das ist ja eigentlich nur noch die eine Dachseite, ne? Und denn... Können wir uns mich wirklich... Wie gesagt, ich habe da noch ein paar Pläne. Ich möchte die Zimmer richtig einrichten. Also, welches Zimmer haben wir schon einigermaßen? Kavins Zimmer fehlt aber noch. Denn... Hier haben wir noch unseren Bereich. Denn die Trockenständer sollen alle nach drin. Definitiv, wir wollen mehr Knochenständer haben. Stockständer ist da eine eigentlich auch ein bisschen wenig. Die Spikes sollen wir noch richtig machen. Es sollen noch Blumenkästen rum. Also ein bisschen Kleinkram ist jetzt definitiv noch zu tun. Hm? Wunderbar. So, aber damit sollten wir auf jeden Fall weiterkommen. Ob es reicht, bin mir nicht ganz so sicher. Aber... Das werden wir schon feststellen. Den geben wir her hier. Die Hälfte ist in die Baumständer geflogen. Nun, häng ran. Genau. Wenn dem ersten Motor ist, was hier rumliegt. Zack, zuck. Ein Träumchen. So. Und da auch nochmal. So, auf jeden Fall ist das jetzt alles an Holz, was wir auf Vorrat hatten. Aber gut, wenn es nicht reichen sollte, ist das nicht viel. Dann wird es vielleicht ein, zwei Püren mit dir füllen. Und Träumchen. Und... So, die nochmal. Sehr schön. Mhm. Ja, wie wäre es dann mit Helfen, Virgi? Nicht nur Gegner töten? Ja, ich weiß. Dann macht es Spaß. Aber wie wäre es mit Holz hacken? Und mir bringen? Zusammen mit Kevin? Umso schneller werden wir hier fertig. Sieh schon. Wir gehen wieder hoch. Gehen wir hier. Wir gehen hier hier. Den Spolter einmal durch. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt. Anders kommen wir nicht mehr hin. Na ja, gut. Hier werden wir aber gleich... Wir werden gleich aus dem Rump gehen müssen. Okay. Hier kommt erst mal da hin. Den will er wieder nicht. Wir kennen ja das Problemchen. Jetzt. So. Sehr schön. Nächstes Holz. Ein Träumchen. So. Jetzt kriegen wir auch noch ein Gewitter. To that note. Na ja, wir dürfen hier größtenteils im Trotten sein. Nicht komplett, aber größtenteils. Bis auf die Seiten. Die sind komischerweise immer offen. Aber ansonsten. Gut, hier und das kurze Stück. Aber rutschen wir jetzt nicht noch mehr? Anscheinend nicht. So, den brauchen wir mal wiederholen. Äh. 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 Giffey. So. Bip, bip. Und den kümmern wir uns um die Solarpanel erstmal. Und jetzt, wenn wir die Solarpanel draußen machen, machen wir das Stück hier zu. Vorher nicht. Vorher bringt doch nichts. So, den kannst du hier reinsetzen. Da fehlt ja noch ein Spalt. Den setzt du mal richtig rein, mein Freund. Komm, tu mir den Gefallen. Danke. Hier. Da hin. Da hin. Ah, wie gesagt. Das kann sogar reichen. Wenn nicht, dann fehlt wohl eh nicht mehr viel. Ein zweites Dimmel vielleicht. Sehr schön. Da nochmal. Zack, zuck, 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 zuck. So, pflanzen. Den hin. Den nochmal. Den nochmal. Und wir noch durch. Jo. Noch hier. Ei, omei, omei. Wenn es jetzt realistisch wäre und es würde einen Brand ausbrechen, oder hätten wir wieder ob da los. Die ganze Bude würde brennen wie Zunder hier. Ich meine, wir wohnen hier im halben Wald. So, wir gehen jetzt hier durch. So, jetzt ziehen wir rauf. Da rauf. Da rauf. Hier ist noch Spalt. Mach Spalt zu, mein Freund. Da. Gut, das ist in der Tron. Nicht mehr viel. Da passen wir aber auch nicht mehr durch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefähr. Den nochmal her. Dann hat das Holz ja tatsächlich doch gereicht, wa? Hm? Dankeschön. Das müssen wir doch jetzt eigentlich auch von unten zukriegen, bis auf den letzten vielleicht, ne? Sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, ob da noch was fehlt. Ah, das sieht schon cool aus mit dem Blitz, ne? Ich hab's grad gesehen. Ja, trotzdem liegt. Da fehlt nur einer. Okay. Und dann hätten wir es doch fertig. Naja, bis auf das. Aber das ist Absicht. Gut. Den geben wir mal einen Baumstamm. Das sollte ja hier so reichen. Bip. Ein Träumchen. So, einer sollte reichen. Machen wir mal hoch hier. Eigentlich liebst gefährlich, bei dem Wetter auf dem Holz da rumzulaufen, wie? Wenn man es mal ganz genau nimmt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut. Den wäre das Thema unledigt. Das Brett lassen wir da erstmal legen. Und die Solarpenels müssen wir zwei Stück haben. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Wenn wir hier einen drauf setzen. Ich hab keine Ahnung. Den stecken wir wieder weg, wie wir die anschließen sollen. Gucken wir jetzt durchs Dach durch oder so? Ne, ne? Doch, doch, doch. Hier an der Säude. Und irgendwie wird Draht, ne? Haben wir Draht? Müssen wir eigentlich? Oh, Draht, Draht ist hier. Da haben wir Draht irgendwie ran, oder? Oh, ich weiß es nicht. Ist das so verbunden? Eigentlich will ich, dass es hier umhängt. Ich meine, das ist jetzt nur ein Test. Kann man Draht wieder empfehlen, oder so? Ja. Aber ob das jetzt verbunden ist, ne? Das wollen sie nicht. Müssen wir ausprobieren. Hier nochmal ein Glühbähnchen. Haben wir auch, ne? Eww. Das da jetzt randecken, oder was? Löchtet das? Das sieht schon sehr merkwürdig aus, ne? Mal ehrlich sind. Ich habe auch keine Ahnung, ob das so verbunden ist, ehrlich gesagt. Das ist schon ein bisschen komisch hier. So wurde mal. Wir holen uns einmal kurz. Ein bisschen Holz. Nur, damit ich da besser rankomme. Aber was anderes ist das jetzt nicht gut. So, kriegen wir den hier so schräg hin? Ja. Den auch nochmal hin. So, und hier nochmal ins Regeln ran, das ist nur zu bestehen jetzt. Das kommt wieder weg. Ah, irgendwie geht das nix. Wir können es zwar so an- und ausmachen. Irgendwie ist es aber nicht verbunden. Löchten tut es nicht. Mä? Muss das vielleicht irgendwie hier verbunden werden? Kann das sein? Bin da etwas unentschlossen. Boah, Demo. Geh' ich mal her, das Ding hier. So. Einmal rauf, mein Freund. Jo. Das ist natürlich erst ein bisschen... Geht aber, geht aber sehr schön. So, dann nimm' noch einmal Draht in die Hand. Äh, da. Ich weiß mich nicht, wie ich das mit den Solarpanels verbinden soll. Egal, ehrlich gesagt. Hm. Weil ich krieg' das hier... Doch, schräge geht lang. Jo, so leuchtet er. Dann brauchen wir den hier nicht, wa? Kriegen wir ihn wieder weg? Nun, geh' doch mal weg hier. Geh' wo denn mal? Ähm. Das ist schon etwas... Das ist schon etwas... Der Schräge muss bleiben. Ja, ja. Ich will den hier unten weghaumen. Sehr schön. Jo, so leuchtet das Ding. Okay. Etwas umständlich. Das ist nur die Frage... Wie viel... Das ist nur zum Testen hier gewesen. Bringt so ein Solarpanel, ne? Wie viel... Kriegen wir das hier auch ran? Ja. Ist das so verbunden? Weiß nicht, ob's hier durchgeht. Oh, der macht das Geld hier runter. Also hier direkt neben der Treppe. Also geht das hier quasi in den Balkon, ne? Oder... Nämlich nicht täusche. Ist das hier oben, ne? Hm. Ich müsste rein, Tredisch. Das ist gar nicht Bullshit, was ich hier gemacht hab. Zack. Der leuchtet, ja. Das Ganze hier... Ich hoffe nur, dass es geht. Einmal den Balken runterlegen. So, und der Balken müsste unten hier auch sein, ne? Eigentlich. Und zwar müsste das... D hier sein, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Mann, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. So, wenn ich hier jetzt nochmal hinlege. Und hier nochmal lang lege. Und hier jetzt nochmal zum Teers eine Glühbirne ran. Oh, Mensch, ist das umständlich. Ich glaub, wir bleiben bei Fackeln. Ne, Strom hat der so nicht. Hier ist aber verbunden. Aber das heißt nicht, dass er hier verbunden ist, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der jetzt der Balken ist. Von dem Balken gehen jetzt zwei hier lang. Hm, was ist genau der? Der hier dürfte es sein. Bin ich jetzt eins zu weit runtergelaufen? Kann das sein? Hey, das macht Onyakiri. Das ist genau... Der hier, ne? So, der ist zwei von der Treppe entfernt. Ein. Nee, der hier vorne ist es auch nicht. Das dürfte der hier gegenüber sein. Neben der Tür. Der da. Denn es ist nicht verbunden. Okay. Es geht anscheinend nicht waltenübergreifend. Aber hier haben wir jetzt ran gemacht. Das ist der, der bis nach oben durchgeht. Bist du das, Dibberz? Guck mal, hier sehen wir, dass wir nicht langlaufen. Pack mal wieder hin da. Du sollst hier den Draht wegnehmen. Nee. Nee. Ich sag dir, nee. Okay, das ist wohl nichts halbessens Gonstes hier mit der Elektronik, du. Okay, lassen wir ein Draht da eben hängen. Der geht hier was so nicht. Ich hatte ja gehofft, dass von oben wir da jetzt so runterkommen. Weil hier ist überall Draht dran. Hier sieht man es ja auch. Muss wahrscheinlich echt umständlich von da hier einmal langlegen. Wir probieren es einmal. Wir haben ja genug Draht. Was soll der Geiz? Aber das scheint sich durch den Boden nicht zu verbinden. Nein, ich muss es echt von da legen. Das ist umständlich. Okay. Von hier hat er sich erst verbunden. Von da aber nicht. Okay, aber wir haben es zumindest ausprobiert. Es leuchten ja jetzt auch beide. Und das mit nur dem einen Solarpanel. Und das Ganze leuchtet hier jetzt auch. Auch wenn es sehr, sehr umständlich aussieht. Das ist nur die Frage, wie kriegen wir das Ganze noch eine Etage weiter runter. Weil unten wäre die Haustür ja genau, die ist ja symmetrisch. Wie mit dem da oben. Und mal testen, wenn ich hier jetzt ranlege. So. Und hier auch nochmal ranlege. Und hier jetzt zum Testen noch eine Glühbirne mache. Leuchtet sie nicht. Das ist das, was ich... Ah doch, jetzt. Warum ging es denn da oben nicht? Okay, jetzt ist aber auch die Frage. Leuchten die auch im Dunkeln? Oder bringen die Solarpanels nur tagsüber Strom? So eine Art Energiespeicher oder so würde hier fehlen, ne? Hm. Das müsste man in der Tat ausprobieren. Wie wir jetzt sehen. Wir haben jetzt zumindest erstmal hier oben eine kleine Lampe. Hier eine kleine Lampe. Also quasi überall zum Test. Und unten eine. Dann sehen wir es ja. Wenn das nass natürlich nicht leuchtet, bringt uns das gar nichts. Wir könnten es von hier aus ja in die Zimmer weiterlegen. Das ist ja nur nicht der Weltuntergang. Wir brüchern das mehr Glühbirnen. Wie es aussieht, bringt das eine Pendel. Wir können ja noch ein zweites anbauen. Tatsächlich? Zumindest genau Strom für drei Glühbirnen. Das werden wir feststellen. Freunden sind wir uns aber erstmal am Ende. Morgen geht es hier weiter. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.